Eine Briefkastenfirma zu bekommen, ist fast so einfach wie etwas im Internet zu bestellen. Nur ein paar Klicks, fertig. Wie das funktioniert, lässt sich an einem fiktiven Beispiel zeigen. Stellen wir uns vor, wir gründen die Firma Dark Money Limited. Mit ihr können wir jetzt Schwarzgeld verstecken. Die Firma sitzt beispielsweise in Panama. Der Staat ist eine bekannte Steueroase, die Schweiz von Lateinamerika. Viele Milliarden Euro liegen hier und keiner weiß, wem sie gehören. Dafür sorgen die Scheindirektoren. Auch wir von Dark Money Limited haben so einen Scheindirektor. Auf allen Unterlagen steht nur sein Name. Offiziell leitet er die Firma, aber das ist gelogen. Wir haben nämlich eine geheime Abmachung mit dem Scheindirektor. Er unterschreibt deshalb alles, was wir wollen. So haben wir trotzdem die volle Kontrolle. Scheindirektoren für Briefkastenfirmen, in Steueroasen ist das ein bekannter Job. Manche Menschen sind gleich Scheindirektoren von tausenden Firmen. Jeder in Steueroasen weiß, dass Briefkastenfirmen in Wahrheit jemand anderem gehören. Aber keiner greift ein. Das ist das Geschäftsmodell Offshore. Die Panama Papers zeigen für viele Fälle, wer wirklich hinter einer Briefkastenfirma steckt. In den Daten führen Spuren zu Waffenhändlern, Drogenbossen und bekannten Politikern. Unsere Briefkastenfirma Dark Money Limited kann jetzt ein Konto bei einer Bank aufmachen und sogar Rechnungen schreiben. So kann man zum Beispiel Schmiergeldzahlungen als ganz normales Geschäft tarnen oder sein Vermögen im Ausland verstecken. Wenn die Polizei in Deutschland danach sucht, findet sie nur die Briefkastenfirma und den Strohmann als Geschäftsführer. Für die Polizei ist eine Briefkastenfirma fast immer eine Sackgasse, da sie meist nicht herausfinden kann, wem sie wirklich gehört. Auch das Deutsche Finanzamt hat keine Chance, wenn superreiche Bürger Briefkastenfirmen kaufen und dort Milliarden verstecken. Unserem Staat fehlt deshalb Geld. Und dieses Geld holt er sich von Normalverdienern, die nicht tricksen.